Herzstück der Freundschaft Ich werde eins mit Jesus, meinem allerbesten Freund. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Ja, wir befinden uns im Herzstück der Brotrede, dem Einswerden mit Jesus, durch die eucharistische Speise. Jesus sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ja, und allen, die an seiner Gegenwart in der Heiligen Hostie noch zweifeln, versichert Jesus, mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Der selige Carlo Acutis suchte leidenschaftlich nach eucharistischen Wundern, wo Jesus durch besondere Zeichen unseren Glaubenszweifeln entgegenkommt. Seine Ergebnisse kann man in einer Ausstellung bewundern. Sie ist zu finden unter dem Link www.miraculieraristici.org.de Mich persönlich beeindruckt die Tatsache, dass bei eucharistischen Wundern die heilige Hostie sich in ein Stück von einem menschlichen Herzen verwandelt hat, das zur großen Überraschung der Wissenschaftler lebendig ist. Ja, Jesus schenkt uns also nichts Geringeres als ein eigenes göttliches Herz. Ja, es drückt die tiefe Freundschaft aus, zu der Jesus uns einlädt. Wir dürfen mit Gott eins werden, in ihn verwandelt werden, von ihm die Liebe der Hingabe lernen und einst ewig mit ihm lieben und leben. Der selige Carlo Acutis begriff dieses gewaltige göttliche Zeichen. Mit 15 Jahren schon durfte er zu Jesus in den Himmel heimgehen. Seine Aussprüche legen Zeugnis von seiner Liebe zu Jesus ab. Immer mit Jesus vereint zu sein, das ist mein Lebensweg. Wenn Gott unser Herz besitzt, dann besitzen wir die Ewigkeit. Ich sterbe glücklich, denn ich habe mein Leben gelebt, ohne auch nur eine einzige Minute mit Dingen zu vergeuden, die nicht gottgefällig sind. Jesus, ich glaube fest daran. Du bist wahrhaft und wirklich gegenwärtig unter dem Zeichen der heiligen Hostie, weil du uns so sehr liebst und uns deine Freundschaft bis zum letzten Zeichen willst. Ich sehne mich nach dir, nach der Freundschaft mit dir. Komm zu mir und erfülle mich mit deiner göttlichen Liebe. Im Namen der Graf Jesu Christi von Nazareth in der Graf des Glaubens der heiligen katholischen Kirche und die Fürsparheit der Mutter Gottes, des heiligen Josef und der seligen Carlo. Binde, breche und entmachtig alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch, eure Familien, eure Häuser, eure Arbeitsplätze getroffen haben. Ergreift die Autorität über jeglichen Geist des Glaubenszweifels. Gebet im Namen Jesu, all diesem Übel von euch und euren Familien zu weichen, ans Kreuz Jesu zu gehen und nie wieder zu kehren. Und bitte den himmlischen Vater, er möge uns allen einen ganz tiefen Glauben und innige Liebe zu Jesus in der heiligen Eucharistie schenken. Und so berge ich euch alle in den heiligen Wunden Jesu, der Lebensflamme Mariens, im Graffeld der vereinten Herzen Jesu und Mariens. So segne, heile und schütze euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Durch allen Menschen einen gesegneten und wunderschönen Tag. Untertitelung des ZDF,